Nachdenkseiten Die kritische Website Exklusive Einblicke in die fragwürdige Finanzierung und Förderung der grünenahen Lippmott Denkfabrik Von Florian Warwick Die Nachdenkseiten haben nach jahrelanger Verzögerungstaktik auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes Zugang zu den Antrags-, Förderungs- und Finanzunterlagen der umfangreich von der Bundesregierung geförderten grünenahen Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne Lippmott beim Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben BAFZA erhalten Wir wissen jetzt unter anderem genau, wie viele staatliche Gelder in die umstrittenen Auftragsarbeiten, Fallstudien, Monitoring etc. im Rahmen des Lippmott-Projekts Gegneranalyse zur Überwachung systemoppositioneller Medien geflossen sind Ebenso sind wir auf zahlreiche Ungereimtheiten bei der Projektbewilligung durch die dem Familienministerium unterstehende Bundesbehörde gestoßen, die man in ihrer Gesamtheit durchaus als Skandal bezeichnen kann Geschäftsgeheimnisse Liebmott wollte mit allen Mitteln Transparenz verhindern Es war ein Prozess, der sich über drei Jahre hinzog Bereits am 26. April 2021 war der erste Antrag auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes zur Einsicht in die Förderungsunterlagen der Zentrum für die liberale Moderne GmbH eingereicht worden Allerdings hatte Lebmott, welches 2017 von den zwei grünen Funktionären und Eheleuten Marie-Luise Beck und Ralf Fuchs gegründet und seitdem von Regierungsseite mit Millionen Euro Beiträgen unter anderem vom Bundespresseamt und Bundesfamilienministerium für höchst fragwürdige Projekte wie die Gegneranalyse gefördert worden war zunächst erfolgreich jegliche Einsicht mit Verweis auf den Schutz geistigen Eigentums sowie angebliche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse verweigert Erst nach mehreren Beschwerden des Journalisten und ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Jörg Taus beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BFDI und die Aufforderung des Bundesbeauftragten an Liebmott, diese Verweigerung ausführlich und dokumentbezogen zu begründen, gab die transatlantische Lobbyfirma ihren Widerstand auf Nach Durchsicht der Unterlagen vom Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben wird auch klar, wieso sich Liebmott so vehement gegen die Einsicht wehrte Social-Media-Desaster, Gemauschel bei der Projektbewilligung und weitere Peinlichkeiten Beginnen wir mit einem eher amüsanten Part Arbeitet man sich durch die sogenannte Belegliste, also die tabellarische Darlegung aller Einzelkosten des Projekts Gegneranalyse, fallen umgehend die unzähligen Zahlungen an Facebook ins Auge Die Jungs und Mädels um Ralf Fuchs haben Tausende Euro Steuergeld von Demokratie leben in Werbung beim umstrittenen US-amerikanischen Social-Media-Giganten investiert Exemplarisch sei auf diesen Auszug der Belegliste verwiesen, eingefügt in den Artikel Insgesamt rund 5000 Euro Steuergeld wurden Meta für die Bewerbung eines Projektes in den Rachen geworfen, welches sich die Überwachung und Diffamierung von systemoppositionellen Medien auf die Fahne geschrieben hatte Nur um dann wenige Monate später im sogenannten Gesamtergebnisbericht an das Bundesamt zum Erfolg der umgesetzten Maßnahmen und Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit zu folgendem Resümee zu kommen Auf Facebook versuchen wir mit heruntergebrochenen Inhalten Interessierte zu erreichen Die Reichweite stagniert, Kommentare sind nicht konstruktiv Mit sehr großer Mehrheit Männer zwischen 25 und 34 Jahren Facebook ist für unsere Inhalte bzw. so wie wir sie nutzen keine gewinnbringende Plattform Zitat Ende Zitat Sehr geehrter Herr, im Gegensatz zu Ihrer Angabe im Sachbericht liegt eine Überschreitung der 20%-Grenze im Vergleich zum verbindlichen Finanzierungsplan vor Insgesamt wurden die Sachausgaben um 40,51% überschritten Ich bitte Sie daher die Notwendigkeit dieser Überschreitung zu begründen Bitte gehen Sie hierbei auch darauf ein, wie sich die zusätzlichen Sachausgaben zusammensetzen Entsprechend der AN-Best-P-Nummer 5 müssen Überschreitungen der 20%-Grenze unverzüglich mitgeteilt werden Bitte erläutern Sie kurz, warum die Überschreitung in 2021 nicht angezeigt wurde Bitte senden Sie mir Ihre Erläuterung bis zum 18.05.2022 zu Zitat Ende Apropos amüsant Mindestens unfreiwillig komisch wird es, wenn Liebmott im Zwischen- und Abschlussbericht an das Bundesamt unter dem obligatorisch auszufüllenden Bereich, welche prominenten Partner für das Projekt gewonnen werden konnten, folgendes schreibt Es konnten prominente Expertinnen als Autorinnen für die Monitorings gewonnen werden, die mit ihrer Prominenz zur Steigerung der Öffentlichkeit beitragen Dies sind Matthias Meißner, Katharina Wader und Susanne Spahn Zitat Ende Jemanden wie Susanne Spahn, eine freischaffende Osteuropahistorikerin mit Hang zu schlecht gemachten Auftragsstudien für die FDP-nahe Naumann-Stiftung und Liebmott, dem BAFZA als Promi zu verkaufen, spricht, um es positiv zu wenden, zumindest für eine fantasievolle Umdeutung der Begrifflichkeit Der eigentliche Skandal Doch nähern wir uns nun langsam dem wirklichen Skandal, der unter dem Aktenberg zum Vorschein kommt Für die Bewilligung der im Rahmen des Programms Demokratie leben geförderten Projekte ist im Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben die sogenannte Regiestelle, angesiedelt im Referat 205, verantwortlich Diese kam am 4. Juni 2021 zu der vorläufigen Einschätzung, dass das Liebmott-Projekt Gegneranalyse nur den Status einer bedingten Förderfähigkeit hätte Kritisiert wurden unter anderem der als unrealistisch bezeichnete geplante Zeitpunkt des Projektstaats zum August 2022 und, dass in der Projektskizze nicht geklärt sei, wie und mit welchen Mitteln die Kommunikation inner und außerhalb des Projekts und dessen Ergebnissicherung und Übertragung in Regelstrukturen erfolgen solle Als größtes Hindernis einer Projektförderung wird allerdings darauf verwiesen, dass die verbindliche Vorgabe der Fördergrundsätze, mindestens einen 10%igen Anteil an Eigen- und Drittmitteln aufzuweisen, nicht einmal ansatzweise erfüllt sei Abschließend heißt es dazu Die Konkretisierung des Drittmittelgebers steht jedoch noch aus und stellt damit ein spätestens zur Antragserhebung zu behebendes Risiko dar Zitat Ende Ebenso wird gefordert, die Kostenkalkulierung für das Jahr 2021 im Hinblick auf den realistischen Starttermin im September 2021 zu überarbeiten Und jetzt nimmt der Skandal seinen Lauf Denn plötzlich wird das Projekt trotz all der kritisierten Punkte von der Behörde geradezu durchgepeitscht Ohne ersichtlichen Grund wird der zuvor noch kritisierte vorzeitige Maßnahmenbeginn ebenso genehmigt, wie die eigentlich als Ausschlusskriterium geltende fehlende Eigenfinanzierung in Höhe von 10% des Gesamtvolumens keine Rolle mehr bei der Bewilligung spielt Am 19. August 2021 geht ein bezeichnendes Schreiben des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben bei der im Familienministerium für die Bewilligung der Demokratie-Leben-Projekte zuständigen Staatssekretärin ein Dort heißt es gleich zu Beginn des dreiseitigen Schreibens Eilt sehr, das Projekt hat bereits am 3.8. begonnen, vorzeitiger Maßnahmenbeginn Dann wird ausgeführt, dass unter anderem die eigentlich verpflichtende Kofinanzierungsquote von 10% nicht eingehalten wird Daher müsse an dieser Stelle ausnahmsweise von den Fördergrundsätzen für Begleitprojekte im Bundesprogramm Demokratie-Leben abgewichen werden Diese Abweichung von der Regel sei aber notwendig, da das Projekt bis zum 31.12.2022 durchbewilligt werden soll Eine Nichtförderung sei keine Option, denn das Projekt Gegneranalyse, wohlgemerkt ein Projekt zur Überwachung von angeblich systemoppositionellen Medien sei, unverzichtbar, da es für die Politik einen hohen Mehrwert darstelle Um eine Vorstellung davon zu bekommen, in welchem Maße hier grundsätzlich geltende Förderungsgrundsätze im Sinne der grünenahen Stiftung zurechtgebogen und teilweise offen verletzt wurden Muss man sich etwas detaillierter mit den Richtlinien zur Förderung von Projekten der Demokratieförderung, der Vielfaltgestaltung und zur Extremismusprävention vertraut machen Zitat Ende Wirft man aber einen Blick auf den abgenickten Finanzierungsplan eilt für das Projekt Gegneranalyse, dann fällt auf, dass die sechsstellige Zuwendung des Familienministeriums erfolgte Obwohl weder, wie bereits dargelegt, die geforderte Teilfinanzierung noch der ebenso grundsätzlich vorgeschriebene Einsatz von Eigen- bzw. Drittmitteln in Höhe von mindestens 10% vorlag Dieser Anteil wird auch nie wie gefordert nachgereicht werden Wie aus dem Finanzierungsplan ersichtlich, wurde das Liebmod-Projekt zur Überwachung angeblich systemoppositioneller Medien ausschließlich aus den Zuwendungen des Bundesprogramms Demokratie leben 284.590,33 Euro sowie der Bundeszentrale für politische Bildung 31.621,14 Euro finanziert Als Eigen- und Drittmittel werden im Bewilligungsbescheid 0 Euro angeführt Liebmod, welches ausweislich der veröffentlichten Jahresabschlüsse im Bundesanzeiger regelmäßig trotz des Status als gemeinnützig sechsstellige Bilanzgewinne vorweist musste entgegen aller Vorgaben keinen einzigen Cent für die Teilfinanzierung des eigenen Projektes aufbringen Wie ist das möglich? Fragwürdige Begründungen vom Familienministerium und Liebmod Die Nachdenkseiten fragten hierzu sowohl das Familienministerium, dem das BAFZA untersteht, als auch die grüne nahe Denkfabrik an Für das Ministerium antwortete die zuständige Pressereferentin mit folgender Begründung Zitat Eine seit 2018 allein mit über 5 Millionen Euro Steuergeld gepäppelte transatlantisch ausgerichtete grüne nahe Denkfabrik darunter eine halbe Million Euro jährlich vom Bundespresseamt für eine nicht projektgebundene institutionelle Förderung soll nicht in der Lage sein den grundsätzlich geforderten 10-prozentigen Eigenanteil, also im konkreten Fall 28.459 Euro aufzubringen? Noch aufschlussreicher ist vor diesem Hintergrund die Antwort von Oliver Geheb, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Zentrums Liberale Moderne Auf die Frage der Nachdenkseiten, aus welchen Überlegungen heraus sich die Denkfabrik entschieden habe, nicht den geforderten Eigenanteil in Höhe von 10% für das Projekt bereitzustellen, erklärte dieser, es waren keine Eigenmittel verfügbar Wenn man weiß, dass diese Form von Eigenanteil nicht direkt als reale Geldsumme zu verbuchen ist, sondern, wie von vielen anderen Demokratie-Leben-Projektträgern auch regelmäßig praktiziert, über eingebrachte Personalkosten abgerechnet werden kann, dann ist diese Antwort auf eine Presseanfrage mindestens an der Grenze zur Falschbehauptung. Doch ist dies bei weitem nicht die einzige Ungereimtheit bei der Bewilligung des Förderantrags für Gegneranalyse durch das Bundesfamilienministerium, in welchem die Liebmordgründerin Marie-Louise Beck jahrelang als parlamentarische Staatssekretärin tätig war. So heißt es in den Förderbestimmungen für Demokratie-Leben bezüglich der zu unterstützenden Projekte eindeutig, Zielgruppe des Bundesprogramms Demokratie-Leben sind in erster Linie Kinder und Jugendliche, deren Eltern, Familienangehörige und Bezugspersonen, junge Erwachsene, aber auch ehrenneben- und hauptamtlich in der Kinder- und Jugendhilfe und an anderen Sozialisierungsorten tätige Multiplikatoren bzw. Multiplikatoren sowie staatliche und zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure. Zitat Ende. Angesichts von Inhalt und Ausrichtung des Projekts Gegneranalyse kann man grundsätzlich ausschließen, dass sich dieses Projekt in erster Linie an Kinder und Jugendliche wendet. Im Gesamtergebnisbericht des Liebmord-Projektes an das Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben wird beim Berichtspunkt 12 teilnehmenden Erreichungen im Berichtszeitraum auch kein einziger erreichter Teilnehmer aus dem Bereich Kinder und Jugendliche aufgeführt. Dafür behauptet die DINGF-Fabrik allerdings, sie hätte mit Gegneranalyse 50.000 junge Erwachsene und 10.000 Menschen mit Migrationsbiografie erreicht. Diese Zahlen wirken willkürlich gewählt und werden bezeichnenderweise auch nicht weiter belegt. Auch auf die eigentlich obligatorische Aufschlüsselung nach dem Alter der angeblich erreichten Teilnehmenden verzichten die Macher von Gegneranalyse. Man fragt sich auch, unter welches der vorgegebenen 14 Themenfelder der Projektförderung von Demokratie leben das umstrittene Liebmord-Projekt eingeordnet wurde. Demokratieförderung im Kindesalter, phänomenübergreifende Prävention oder doch Hass im Netz? Selbst der Bewilligungsbescheid des Ministeriums macht dazu bezeichnenderweise keine konkreten Angaben. Problematisch für die erfolgte Förderung erscheint auch die unter Punkt 5 der Förderrichtlinie Art und Umfang Höhe der Zuwendung erwähnte Auflistung. Zitat Zitat Ende Dass es sich bei dem Projekt um eine Maßnahme mit agitatorischen Zielen handelt, lässt sich anhand des verwendeten Projektnamens Gegneranalyse der genutzten Sprache gegenüber den beobachteten Medien, Agendasetzer der radikalen Systemopposition und Behauptungen, wir nehmen einen Bereich unter die Lupe, in dem radikalisierte Positionen von Impfgegnerschaft, Elitenfeindschaft oder Verschwörungstheorie in einer radikalen Sprache in die Mitte der Gesellschaft wirken, billigen. Ebenso stellt sich die Frage, ob die explizit unter dem Titel Institutionelle Förderung erfolgten Zahlungen des Bundespresseamtes in Höhe von 500.000 Euro jährlich an Liebmott Nicht mit dem Teil der Förderrichtlinie, grundsätzlich nicht zuwendungsfähig sind Maßnahmen, die im Rahmen institutioneller Förderungen des Bundes gefördert werden, kollidieren. Ebenso war das Projekt nachweislich nicht partizipativ angelegt und entsprach eigentlich auch nicht dem in den Richtlinien eingeforderten begründeten gesellschaftlichen Bedarf. Halten wir fest, Gegneranalyse erfüllte weder buchhalterische noch inhaltliche Mindestanforderungen der Projektförderung bei Demokratie leben, erhielt aber trotzdem den Zuschlag. Dies zudem fast in Höhe der maximal zu vergebenden Fördersumme des Bundesprogramms. Ob es bei der Projektbewilligung wirklich mit rechten Dingen zugegangen ist, darf angesichts der aufgezeigten massiven Unstimmigkeiten bezweifelt werden. Vieles spricht dafür, dass hier ein eher schlecht als recht gemachter Projektantrag aufgrund von informellen Netzwerken und Einflussmöglichkeiten des grünen Politiker-Ehepaares Füchsbeck durchgewunken wurde. Um hier jeden Zweifel auszuräumen, wäre es angeraten, dass das grün geführte Ministerium, das Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben und insbesondere auch die gemeinnützige GmbH reinen Tisch machen und nicht nur den offiziell dokumentierten, sondern auch den informellen Teil des Antrags- und Bewilligungsprozesses offenlegen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch nochmal an das Schreiben des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben, in welchem erklärt wurde, dass das Projekt trotz aller Defizite auf jeden Fall gefördert werden solle, da es angeblich unverzichtbar für die Politik sei. Doch für welche Politik und Politiker soll diese Einschätzung eigentlich gelten? Denn man findet im politischen Raum mehr Kritik als Lob an dem Projekt, selbst aus dem Umfeld der Ampelparteien. So bezeichnete beispielsweise die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin von Bündnis 90 die Grünen, Antje Vollmer, in einem Interview mit Telepolis kurz vor ihrem Tod das Projekt ihrer Parteikollegen als Instrument eines ideologischen Lobbyismus. Der SPD-Politiker Matthias Brotkorb kommt zu einem ähnlichen Urteil und spricht im Cicero von einem staatlich finanzierten Eingriff in die unabhängige Meinungsbildung der Bürger. Auch zahlreiche Journalisten kritisierten das Liebmod-Projekt scharf. Beispielhaft sei auf den Beitrag von Frank Lüberding in der Welt verwiesen, in welchem er zu dem Schluss kommt, dass Gegneranalyse ausschließlich mit Steuergeld finanziert Verfassungsschutz spielt. Zudem sieht er in dem Projekt eine Zweckentfremdung öffentlicher Mittel für parteipolitische Ziele. Dieser Verdacht hat sich aufgrund der vorliegenden Dokumentation zum Ablauf des Förderantrags und dessen fragwürdiger Genehmigung noch verstärkt. Bundesrechnungshof übernehmen Sie. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.